Norddeutscher Rundfunk 2021 Oha! Der macht aber doch ein bisschen Geschwindigkeit. Aufgang von Sprechlein! Heiei, geil! Aber anstrengend, weil derzeit ist irgendwann so viel Zug, dann hältst du irgendwie nicht mehr. Aus der Perspektive ist unser Schiff ganz schön schnell. Schönen guten Tag, hier ist das Anton-MV-Radio-Board. Wir sind angekommen in Neustrelitz. Hallo! Basti ist begeisterter Angler, aber er hat ja auf der Tour noch nicht so viel gefangen. Deswegen hast du dir jetzt was anderes ausgesucht in Sachen Fisch, ja? Genau, wenn ich den Fisch schon nicht angekomme, wenn ich eine Angel habe, dann will ich den an meinen Füßen haben. Ich bin jetzt hier beim Thorsten und Thorsten hat den Laden Happy Fuss in Neustrelitz. Ja, an meinen Rauchfüßen kannst du dabei ihn abspritzen. Und jetzt einfach eintrauben, ne? Ja, einfach eintrauben. Ja, also... Uah! Es kitzelt! Es kitzelt ganz schön. Es ist so wie kleine Stromschläge, so ganz kurze. Wenn die Fische an der Haut knabbern, das ist schon komisch, aber angenehm. Alles entspannt. Sehr gut. Das war richtig toll. Oh Gott, es ist wie auf Eiern laufen so ein bisschen. Es ist noch schlimmer als auf dem Schiff. Wir haben jetzt das Schiff hier leergeräumt. Wir sind in Neustrelitz, denn heute ist ja unsere erste Tour-Etappe vorbei. Wir verlassen die Mecklenburgische Seenplatte. Ich bin eigentlich sehr, sehr traurig, denn das ist eine wunderschöne Landschaft. Ja, und heute mussten wir packen. Das war anstrengend, gerade bei dem tollen Wetter. Es ist warm. Wir haben jetzt irgendwie die ganzen Autos beladen. Wir fahren rüber nach Stralsund, nehmen dort unser neues Antenne-MV-Radio-Boot entgegen und fahren dann über den Bodden und die Peene bis nach Maltin. Also nochmal zwei Wochen Abenteuer. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch!